Katzen können lieb und süß sein, aber es gibt auch einiges, was sie gar nicht ausstehen können. Was das ist, zeigen wir euch. 1. Katzen können es nicht leiden, wenn man sie anstarrt bzw. ihnen lange Zeit direkt in die Augen blickt. 2. Die Stubentiger hassen Lärm und laute Geräusche. 3. Katzen sind Gewohnheitstiere, deswegen mögen sie keine Veränderungen. 4. Strenge Gerüche sind für die sensiblen Nasen ein No-Go. 5. Dass Katzen kein Wasser mögen, ist kein Märchen. Das stimmt wirklich. 6. Aus dem Schlaf gerissen zu werden, geht für eure Stubentiger gar nicht. 7. Katzen hassen Langeweile und wollen möglichst viel beschäftigt werden. 8. Die Kontrollfreaks mögen es gar nicht, wenn Türen verschlossen sind. 9. Streicheleinheiten sind nur erwünscht, wenn die Katze gerade Lust darauf hat. 10. Die meisten Katzen bleiben im Urlaub gerne zu Hause. Lange Autofahrten und Ortswechsel bedeuten nur Stress für die Vierbeiner. 10.无